Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Spuk unterm Riesenrad. In diesem Film geht es um eine Familie, dessen Vater oder auch Opa Jekyll, gespielt von Peter Kurt, den kennt man zum Beispiel aus Babylon Berlin oder Goodbye Lenin und seine Frau Lottie, gespielt von Lina Wendel, die kennt man zum Beispiel auch aus Herbert oder aus Cleo. Diese beiden haben einen Rummelplatz und ja, der Rummelplatz ist auch schon ein bisschen sehr in die Jahre gekommen und ja, da der Jekyll immer so viel mit seinem Rummelplatz zu tun hatte, hatte er weniger Zeit für seine Familie gehabt und da er ja auch nicht mehr der Jüngste ist, wollte er gerne zu seinem 40. Rummelplatz Jubiläum seine Familie zusammenbringen und seinen Rummelplatz der Familie übergeben, nämlich an seine Tochter Simone, gespielt von Sophie Lutz, die kennt man zum Beispiel aus Tatort zum Beispiel und die Schwester Britta, gespielt von Katja Preuss, die kennt man zum Beispiel aus Besser als Nichts oder aus In aller Freundschaft. Ja und nicht nur die beiden Töchter kommen, sondern auch die Enkelsäugen kommen und zwar Umbo, gespielt von Neuer Gabriel Kipp, den kennt man bisher noch nirgends vorher, der ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Dann, ähm, ja, ist T-Person, heißt tatsächlich, so fragt mich nicht warum, denn die andere Enkelin heißt Keks, gespielt von Lale André, ich hoffe ich hab's richtig ausgesprochen, die kennt man zum Beispiel auch aus, ähm, In aller Freundschaft und die Social Media begeisterte Tami, gespielt von Elisabeth Belle, ich hoffe ich hab's richtig ausgesprochen, die kennt man zum Beispiel, wenn das fünfte Lichtlein brennt. Ja und kurz bevor die Familie sich doch entschließt zusammenzukommen, stirbt der Jacke und, ja, alle kommen dann trotzdem zusammen und wissen nicht, was sie mit dem in die Jahre gekommenen Rummelplatz machen sollen, aber wollen dann erstmal schauen, was sie daraus machen. Und, ja, in der Nacht zieht ein Sturm auf und ein Gewitter auf und, ja, Tami wird davon wach und, ja, sie möchte gerne doch irgendetwas posten, weil die ist total Social Media begeistert und möchte doch irgendetwas posten, aber sie findet hier keinen Empfang, da keinen Empfang und somit genährt sie sich dann auch immer mehr einer Geisterbahn von dem Rummel und auf einmal schlägt der Blitz in eine Stromleitung ein und ein Stromkabel, ja, macht sich selbstständig im wahrsten Sinne des Wortes und Tami und verfolgt Tami und, ja, sie geht in die Geisterbahn hinein und dieses Stromkabel verfolgt sie wie durch Geisterhand und das Stromkabel geht dann auch in die Geisterbahn rein, verfolgt Tami und sieht dann auf einmal diese Geistergestalten und durch tolle Zauberei werden diese drei Geistergestalten durch das Stromkabel lebendig. Und damit geht das ganze Chaos dann los. Ja, so ungefähr kann man das beschreiben. Ja, es sind halt echt viele Darsteller. Natürlich, die drei Geister wollen wir ja auch nicht vergessen. Das Rumpelstilzchen, gespielt von David Bennett. David Bennett, den kennt man zum Beispiel aus Legende von 1985 tatsächlich sogar. Also der ist schon länger schon dabei. Dann der Riese, gespielt von Moritz Führmann, den kennt man zum Beispiel auch aus Trübe Wolken. Und die Hexe, gespielt von Anna Schutt, die kennt man zum Beispiel auch aus den Fernsehfilmen. Ein Schnupfen hätte auch gereicht. Und diese drei Geister, die machen absolutes Chaos. Ja, so kann man das toll zusammenfassen. Und zwar haben wir auch jetzt mal alle wichtigen Darsteller und Darstellerinnen auch mal, ähm, ja, angesprochen. Was kann man zu dem Film sagen? Es ist ein familienfreundlicher Spuck-Komödie. Und zwar ist sie aber nicht neu, sondern sie ist ein Remake. Denn es gab damals zu DDR-Zeiten Spuck unterm Riesenrad als kleine Serie. Wusste ich nicht, habe ich dann jetzt auch erstmal im Nachhinein gelesen. Und ich habe keine Ahnung, wie das vorher aussah. Ich kenne die Serie und so überhaupt nicht. Von daher kann ich dazu nichts sagen. Ja, es ist auf jeden Fall eine familienfreundliche Grusel-Spuck-Komödie. Aber eher was fürs jüngere Publikum. Ist auch ab sechs Jahren freigegeben. Eigentlich könnte man das auch ab null Jahren für meine Verhältnisse freigeben. Denn ich glaube, ja, ich glaube so ab zehn hätten, glaube ich, da weniger Kinder, glaube ich, Interesse daran. Weil da fehlt dann für heutige Verhältnisse dann doch ein bisschen was. Gehen wir mal so ein bisschen mal so auf das Schauspielerische ein. Also meine Kinder, die geben sich da echt Mühe, muss ich sagen. Also finde ich wirklich gut. Aber an manchen Szenen fehlt es mir noch so ein bisschen an der Mimik. Da können die Kids noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wir sind noch jung. Das können die alles noch erlernen, wenn sie da weiter dem Schauspielerei treu bleiben wollen. Aber noch ein bisschen mehr an der Mimik hätte man da noch ein bisschen feilen können. Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber auch bei den erwachsenen Darstellern. Hier gibt es so auch so Auf und Abs eigentlich, muss man so sagen. Also manchmal passen die Mimik und Gestiken ganz gut. Bei den erwachsenen Szenen ja ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob es teilweise gewollt ist oder nicht gewollt ist. Aber an manchen Szenen hatte ich so das Gefühl, dass ich bei uns in der Nähe bei der Freilichtbühne teilweise etwas besseres Schauspiel gesehen habe. Weil manchmal wirkt das doch ein bisschen sehr künstlich und sehr aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob das gewollt war oder so. Aber ich fand es teilweise dann doch schon echt ein bisschen, ja, ein bisschen sehr künstlich. Und auch so, was so die Effekte angeht. Manche sahen sogar echt okay aus. Für das ist jetzt, sag ich jetzt mal, jetzt keine High-End-Produktion war. Aber auf der anderen Seite hat man dann doch gemerkt, dass man da an einigen Stellen am Budget gespart hat. Und manche Effekte dann doch ein bisschen, ja, sagen wir mal, einfach dargestellt wurden. Aber alles in allem muss man sagen, ja, es gab wirklich Momente, wo ich wirklich auch meinen Spaß hatte. Was ich auch wirklich dann teilweise auch echt lustig fand. Aber, ja, es gab auch so viele Momente, wo ich dachte, hm, ja, okay, hm. Hätte man vielleicht mit ein bisschen Aufwand vielleicht besser hinkriegen können? Oder hätte man vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit vielleicht ein bisschen besser hinkriegen können? Manche Sachen fand ich echt ein bisschen, ja, hätte jetzt so nicht sein müssen. Manches war mir auch ein bisschen ein Hahn dabei gezogen. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier auch nicht groß spoilern. Dann, welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von eurem Content-Creator. T-Shirts, Hoodies, Tourenbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also, ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, also, Spuk unterm Riesenrad. Die Neuauflage von einer alten DDR-Serie. Hat viele gute Sachen. Hat viele, ja, Sachen, wo man vielleicht nochmal was hätte verbessern können. Die Kids haben mir eigentlich recht gut gefallen, könnten aber noch ein bisschen an ihrer Mimik noch ein bisschen arbeiten. Aber sie sind noch jung, das kriegen die hin. Und auch bei den Erwachsenen hat es mir teilweise ein bisschen, ja, ein bisschen sehr künstlich gewirkt, ein bisschen sehr aufgesetzt gewirkt. Ich weiß nicht, ob es gewollt war oder ob es tatsächlich ein Versehen war oder so. Wie gesagt, der Film ist ab sechs freigegeben und ich weiß nicht, ob Kinder mit zwölf oder so an dem Film jetzt noch so unbedingt Spaß hätten. Das wäre vielleicht vor 20 Jahren hätte man das vielleicht noch ein bisschen, wäre der Film vielleicht besser angekommen. Aber in der heutigen Zeit, ja, ich weiß nicht, ob man einem Zwölfjährigen den Film noch so präsentieren könnte, dass sie daran Spaß haben. Ich weiß nicht, da sind hier heutzutage ja auch alles ein bisschen anderes gewirkt. Da ist die Konkurrenz halt einfach ein bisschen sehr groß. Ja, aber nichtsdestotrotz, eine Bewertung muss her. Also ich würde sagen, für alle über zwölf, die jetzt, sage ich jetzt mal, ein bisschen was anderes schon gesehen haben und viele Sachen auch kennen, würde ich sagen, ja, zwischen zwei und drei Totenköpfe und für Kinder, würde ich sagen, so bis sechs Jahre, würde ich da sagen, die könnten da, glaube ich, drei Totenköpfe sind da wahrscheinlich in Ordnung. Das ist etwas besser als Durchschnitt. Wie gesagt, gute Sachen sind tatsächlich dabei, aber es ist auch so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, das hat mir nicht so gut gefallen. Ja, das war mal eine Filmbewertung zu Spuk unterm Riesenrad. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann lasst doch ein Like und ein Abo da und schaut auch unten in der Videobeschreibung, da sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis demnächst. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis demnächst.